So, hallo, herzlich willkommen zum Premier Cup im Seasons-Modus von FIFA 15. Wir sind im Finale, liebe Leute. Wir haben ein 5-2 gegen Bayern München. Ab geht's, wieder mit Real Madrid, wie immer. Ich hoffe mal, dass wir einen Gegner kriegen, der nicht ganz so schwer ist. So, wir spielen gegen... Belgien. Alles klar. Ist zwar nicht so ganz zäher von der Mannschaft her, aber er kann trotzdem relativ gut sein. Wird man ja gleich sehen. Niemals die Gegner unterschätzen. Er muss ja irgendwie hier hingekommen sein. Komm, Benzema! Zum 1-0. Fünfte Minute. 1-2-0. Benzema! Ich hol mir den dritten Pokal. Oder beziehungsweise den dritten Premier Cup. Wir sind jetzt auf dem Weg, Zimmer zu... Oh. Zumindest ist es. Das Stadion bebt, die Menge tobt. Das Stadion bebt, die Menge tobt. Nichts geführt. Finde ich gut. Eieieiei. Der muss ankommen. Der muss dran. Ja. Der ist dran. Ganz wichtig. Unten läuft Bale. Ich verlängere. Bale. 1-1 gegen 1. Bale macht den. 2-0. Das sieht doch gut aus. Aber seit dem letzten Spiel wissen wir, 2-0 sagt gar nichts. 3-0 sagt mehr. Ronaldo. 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 Wie hat er den gehalten? Schön. Schön. Ganz oben. Ronaldo. Eieiei. Weg mit. Ein bisschen zu, Ronaldo. Schön. Gut. 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 Ronaldo läuft. Ronaldo läuft. Ronaldo. Ronaldo. Benzema. 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 Unten kommt Bale. 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 Ganz oben ist Ronaldo. Okay. Wir bringen auf Benzema. Und nach Schuss. Schuss. Groß. Nein. Navas. Geil. Der ist so gut. Kommt von Tadín. Schön groß. Schön, 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 schön. Oh. Zwei Minuten nach Spitzzeit. Hätte mit mehr gerechnet in dem Fall. Auf geht's nach unten zu Bale. Komm, den kriegst du. Schön. Benzema. Immer noch Benzema. Ronaldo. Nein. Oh, nicht aber anspielt. Direkt einmal durchlaufen. Ronaldo. Forsten. Direkt tacklen. Direkt tacklen. Mit drei Leuten. Dran, 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 dran. Schön. Genau deswegen. Und hoch. Und. Bale. 3-0. Ich denke mal, ich hab's im Sack. Sicher kann man's nie sein. Weiterhin. Konzentriert bleiben. Aber 2-0 sieht gut aus. Und der macht ihn nicht. Schade, Rodriguez. Das war so nicht geplant. Nun ja. Mein Gegner hat aufgegeben. So was finde ich ehrlich gesagt, äh, scheiße. Um's ganz blöd auszudrücken. Ähm. Ja. Okay. Gut, ich mein, ich hab's gewonnen. So ist es jetzt nicht, ne. Aber. Ich feiere das ehrlich gesagt ganz gerne. Nun ja. Okay. Okay. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin.